Ich interessiere mich nicht für den Wein. Ich interessiere mich nicht für den Wein. Wir alle machen Fehler. Wir alle machen Fehler. Bitte haben Sie jemanden, der es tun. Ich möchte irgendwann nach Frankreich zu gehen. Ich möchte irgendwann nach Frankreich zu gehen. Wenn ich Geld hätte, könnte ich es kaufen. Wenn ich Geld hätte, könnte ich es kaufen. Die Ursache des Feuers ist nicht bekannt. Die Ursache des Feuers ist nicht bekannt. Die Ursache des Feuers ist nicht bekannt. Ich traf ihn, während er in Japan war. Es ist Samstag heute. Es war genau so, wie ich dachte. Sein Gesicht ist vielen Menschen bekannt. Sein Gesicht ist vielen Menschen bekannt. Ich habe eine Menge Dinge, die ich mit umgehen müssen. Ich werde Ihnen die Informationen, die Sie in der nächsten Woche müssen. Aufdrehen Aufdrehen Die Euro TMT haben Sie für eine Weile nicht gesehen. Ich habe Sie nicht gesehen. Ich habe Sie in einem Moment gesehen. Wie gefällt Ihnen meinen neuen Anzug? Sie wurde im vergangenen Jahr geboren. Sie wurde im vergangenen Jahr geboren. Sie wurde im vergangenen Jahr geboren. Das Mädchen da drüben steht, ist Maria. Das Gerücht erwies sich als wahr zu sein. The rumor turned out to be true. Er hat durch seine Arbeit ... Er hat durch seine Arbeit ... Sie kaufte ein T-Shirt für ihn ... Er hatte keine Mühe, um das Geheimnis zu erklären. Er hatte keine Mühe, um das Geheimnis zu erklären. The conference endete um 14 Uhr. Tom ist bestrebt, ein neues Auto zu kaufen. Tom ist eager to buy a new car. Wir warten nach Mitternacht. We woke up after midnight. Ich schäme mich, sie so eine dumme Frage zu stellen. Ich mag es nicht zu studieren. Ich mag es nicht zu studieren. Unvorsichtiges Fahren unfälle verursacht. Careless driving causes accidents. Tom ist noch im Krankenhaus. Tom ist still in the hospital. Sie sollten aufhören zu rauchen. Sie haben einige Bücher. Sie haben einige Bücher. Sie haben einige Bücher. Sein Geschäft war nur ein Teil Volk. Ich genoß es, mit ihm zu reden. Sie hatte nicht die Absicht, mit ihm zu streiten. Sie hatte nicht die Absicht, mit ihm zu streiten. Sie sind nicht auf sie hören. Don't listen to her. Sie fand ihn schön. Ich glaube, ich bin in Schwierigkeiten mit meiner Frau. Ich glaube, ich bin in Schwierigkeiten mit meiner Frau. Er wurde mit einem Stift in der Hand. Er ließ den Hund in den Garten locker. Er ließ den Hund in den Garten locker. Was ist der beste Weg zu reisen? Was ist der beste Weg zu reisen? Was ist der beste Weg zu reisen? Sie nicht meine Kamera berühren. Don't touch my camera. Er ist der höchste Junge. Er ist der höchste Junge. Sie sollten ihm die Wahrheit zu sagen. You should tell him the truth. Nancy lud ihn zu einer Party. Nancy invited him to a party. Sie hat einen schlechten Kopf kalt. Sie hat einen schlechten Kopf kalt. Ich las die New York Times. I read the New York Times. Ich bin beschäftigt mit meinen Hausaufgaben. I'm busy with my homework. Sie hasst grüne Paprika. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Geschick. Vielen Dank.